Hallo, ich bin Ika Sandra, das ist Sarah und das ist Maria. Wir sind Studenten im dritten Semester, wir studieren Pädagogik und wir möchten euch den Weg zur Erfenschlager Straße zeigen, weil die beiden eine ziemlich große Unterstützung vermissen. Vielen Dank. Danke! Hinter mir ist eigentlich der normale Weg für Fußgänger. Aber ich muss jetzt zu diesem Weg gehen, weil dort ist die Reuchtturwandel für mich. Ich habe hier so einen Türaufschalter. Damit geht diese Tür dann automatisch auf. So, wir sind jetzt am Seminarraum eingekommen. Es geht auch jetzt schon gleich los. Tschüssi, bis bald! Musik 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 Musik